Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Mit dem neuen Update heute, 16.1, kamen auch neue Herausforderungen raus. Das Ganze nennt sich The Spire. Wir gucken mal kurz hier und das Ganze hier, alle Aufträge, The Spire heißt das und jetzt sieht man es auch. Die erste Aufgabe davon, finde Tarana. Und ja, das zeige ich mal kurz, wo ihr da auf jeden Fall hin müsst, dass ihr Tarana wirklich findet. Falls ihr neu seid, euch das Video generell hilft, gerne Creator Code iPlayTobi im Itemshop eintragen, würde mich sehr freuen. Das Ganze ist hier links auf der Map und wir gucken einfach mal, wo sie ist. Man sieht das ja in der Sprechblase eigentlich hier mal unten links in diesem Gebäude, wo die anderen schon landen. Genau da ist sie. Da müssen wir hin. Das ist Tarana und sie steht hier einfach so rum und dann einfach natürlich hier anquatschen. Und dann seht ihr schon, kriegen wir erstmal Holz und normalerweise müssten wir Tarana jetzt gefunden haben. Ansonsten einfach hier links auf The Spire klicken, zack, dann fortfahren und dann annehmen und dann klappt es auf jeden Fall. Und ja, so habt ihr auf jeden Fall Tarana gefunden, Auftrag angenommen und so könnt ihr auf jeden Fall erstmal auch fortfahren. Falls das zum Beispiel bei euch noch nicht angezeigt wird, bei mir war das anfangs auch, es wurde noch nicht angezeigt, hier bei den Aufträgen. Falls das der Fall ist, müsst ihr auf jeden Fall erstmal noch irgendwie die andere Aufgabe machen, die vorher war. Das war bei mir. Macht irgendwie fünf ungewöhnliche Aufträge. Das sind dann einfach die grünen, die Tagesaufgaben oder halt die blauen. Macht die einfach fertig. Dann wird es bei euch auf jeden Fall auch angezeigt. Ja, das erstmal dazu. Das Ganze hier jetzt auf der Karte. Moment, hier bei Bony Burbs. Und hier ist einfach Tarana, da wo die Sprechblasen sind. Ich denke mal relativ easy. Das zur Aufgabe. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.